Willkommen zurück zu Annas Quest. Beim letzten Mal sind wir angekommen und wir sehen uns jetzt erstmal genau um. Oh, wir können den Hut einsammeln. Was ist denn das für ein Hut? Ein Hutt. Vielleicht ein Magik-Hutt? Ich weiß nicht, ob die Ratsche es für irgendwelche von ihren Schlüsseln benutzt. Hi, äh, Mr. Rat, denkst du, dass du mir diesen Schlüssel von deinem Kissen abschneiden könntest? Ich bin nicht sicher, ob ich das sehr weit wegführen werde. Ich bin nicht bereit, zu beginnen, Dinge an ihn zu schreien. Dann halt nicht. Wir holen es uns mit unserer Theke hin. Du willst den jungen Mann nicht abschneiden? Nein. Ich versuchte niemanden anderen für meine eigene Sache. Ich bin nicht wirklich mit diesem typischen Spülen. Aber irgendwelche Licht, die in der einen Seite entdeckt, scheint, eher auf den anderen zu fokussieren zu sein. Okay, damit kommen wir erstmal nicht weiter. Warte, ich denke, ich kann etwas in der Sink-Drain sehen. Ich denke, es ist... Es ist... Eww. Es ist nur ein altes, sogges Haar. Es muss wohl die Ratschen sein. Gross. Nein. Der Sink-Drain ist zu klein, um meine Hand zu befinden. Das scheint nicht zu funktionieren. Nein. Poison? Was macht das da? Mehr als wichtiges... Was macht es da neben meinen Däumen? Ich muss wirklich aus diesem Ort rauskommen. Ich weiß nicht... Das scheint etwas gefährlich. Das ist... Oh, Tear. Ich denke, es zerbricht, nachdem ich den Sink-Drain aufbauen habe. Können wir da irgendwas noch dran machen? Vielleicht... Naja, abschneiden ist eigentlich... ... kackegefährlich. Können wir das vielleicht mit der Theke in Esau bewegen? Oh... Das scheint ziemlich gefährlich. Das ist alles das Funken-Sprühende-Karbe. Wir gehen aber zurück ins Schnapp. Das führt hier scheinbar noch da hin. Können wir am Lautsprecher auch noch was? Mal schauen, ob ich jetzt den Rest des Wegs auslösen kann. Ja. Hm... Ja. Ich hoffe, dass der Fall nicht zu viel Däumen gemacht hat. Ja. Sehr schön. So... Fenster-Maschine... Mal gucken. So soft and smooth. Ich bin nicht sicher, was sie von gemacht sind. Aber sie fühlen so gut. Können wir daran was machen? Nein. Sie sind ziemlich gut drin. Aber wow, sie fühlen so soft and smooth. Hallo? Ist... Ist jemand da? Anna? 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 Over here! Ah! Wait, wait, wait. I'm sorry. Please, just... Hold on a second. Okay, look. Why don't you hold on a second? So far, I've been kidnapped, experimented on, talked to by a giant teddy bear, and now I'm being haunted? No, 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 no. I mean, I didn't mean to scare you, you see, uh... I just... I couldn't help but hear what happened with you and Winfrieda earlier, and... And, well, I think I can help you. Help me? Yes, help you, you know, escape. But, well, if you don't want me around, then, you know... Wait! I'm sorry. Please come back. You have to understand... I've never seen a... A ghost before. Or... It's okay. It's been a while since I've seen a living person too. Who? The name's Joringo. Pleased to meet you, Anna. Who's Winfrieda? Is that what the old witch's name is? Uh... Winnie. Well, that's what we all called her. Yes. Me and Winnie go a long way back. Well, back to our days in school, actually. School? Really? The Vox School of Witchcraft. Winnie, myself and my wife Urinde. We all attended. When we were all still kids, of course. Open this door right now. 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 You went to school together? Aber sie ist so alt. Winnie sollte nur ein paar Jahre alt sein, als ich. Ich bin nicht zwei Jahre alt, wie sie scheint. Ich verstehe nicht. Could have happened to her. Ich kann wirklich nicht sagen. Spell gone wrong, vielleicht? Wer weiß. Ich habe die Schule lange vor, mit Yurinde, du see. One day, Yurinde had it in her head, that she wanted to leave. I don't know why. Okay, das ist doch jetzt. Gut. So should. There's a button to open the passageway kept behind that painting there. Oh, wow. That's great. That is simple. Only, Winfrieda keeps it locked. But it could be worse, right? I mean, at least the key is in the tower. Okay. That's good, right? Normally, yes. But, uh... The rat took it. You couldn't have gotten too far with it. I'm sure you could find him. Yeah. How did you end up here? I... I came here looking for my wife. Yurinde. She went out to the market one day and never returned. When I went looking, a man on the path mentioned seeing someone. An old woman dragging a... A large sack here into these woods. Oh, my. Yuringo. That's horrible. I searched the woods high and low, but found nothing. Eventually, I was attacked. I blacked out. And when I came to, I was... Well, here. Chained to this wall. I'm so sorry, Yuringo. Grandpa would warn me about bad people. But this... I never imagined. Your grandpa is right, Anna. It's a dangerous world. You shouldn't trust too many people out here. Come with me, Yuringo. Believe me, I'd love to... But, uh... I... I can't. My soul, it's... Trapped here. Trapped? Yes, by Winfrieda. Look, I'll show you. Oh, I see. That's okay. I'm probably just going to be stuck here for, well... Eternity, I guess. That's okay. I'd better get back to looking around. Try and find this rat and get the key back. Alright, Anna. I'll be here if you need anything. There's a section of pipe here that looks pretty loose. I could probably take this off to try and get that hair out, but... Why would I want the witches' wet, soggy hair? Weiß ich nicht. Um einen Abfluss freizukriegen. Um einen Abfluss freizukriegen. Um einen Abfluss freizukriegen. Um einen Abfluss freizukriegen. Oh, interessant. Ein hartschraubter Kuss. Und eine schöne Orbe-Sache. Jeeze! Dieser Papierweite ist schwerer, als es sieht aus. Hm. Nicht sehr interessant. Hier ist nur eine lange Linie von String. Vielleicht können wir damit mit der Katze spielen. Oh. Sie scheint, dass du irgendwie aufgelistet hast. Das ist eine Bildung der Witch. Derjenige, der mich verabschiedet. Hold on a second. Ich glaube, ich sehe etwas. Oh. Ein secretes Loch. Hm. Hm. If you're in, Gal is right, then behind this is the answer to our escape. Hey. Ja. Dafür brauchen wir bloß den Schlüssel. Ich red mal mit der Höchstwo. Ah. Hallo. Du... Öffnst diese Tür jetzt. Well. Ich würde auch gerne. Es ist nur... Jetzt wird es blind. Es ist nur... Nichts. Öffn es jetzt, Kind. Und... There were some things I wanted to ask you. And it's just that you seem a little... Angry at the moment, too. Oh. Oh, me? No, 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 no. I'm not angry. I'm just... Um... Concerned. Yes, concerned. You've had quite a big deal, what with all these exercises and... Escape-Plans. Ja, is klar. Du bist nur aufgeregt. Um. Ok. Just promise. You won't use magick on me. Yes yes. Of course. Open the door, child. Come on. Come on. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass du die Wahrheit erzählst. Öffne diese Tür jetzt! Ich schwöre, Kind, du werfst! Oh, wie du werfst! Als ich mit dir fertig bin, werde ich dein Limm aus dem Limm und essen dich für Essen. Woah, eat me? Oh, 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 oh! Habe ich gesagt, eat? Nein, ich meine nicht, eat. Ich, ähm... Hm... Jetzt bin ich definitiv nicht die Tür öffnen. Just... Let's... ...talk. Ja? Das ist, was du willst? Well, komm dann. Äh, ja, mich würde ja erst mal interessieren, warum sie den überhaupt angekettet hat. Warum hast du einen Mann hier gebrochen? Was? Was sprachst du denn? Es ist ein Mann, gebrochen auf die Wände in dieser Runde. Er hat hier seit langem, wegen der Begründung. Oh, er... Ja, er... Er... Sie haben beide kamen. Keiner von ihnen zu gut. Du willst sprechen? Hm. Ich bin zufrieden von sprechen. Warum musst du mich hier halten? Warum musst du mich, um dieses Tele... ...Kin... Telekinesis. Ja. Ich meine... Du hast schon deine Spelle und Magik. Pah! Ignorant fool. Huh? Well, es ist weil... Oh... ...Company. Ja... ...Company. Es wird so schwer, hierher. Oder... ...was... ...er... ...rather. Aber... ... du... ...hade meine Company. Well, es ist nichts von dir. Es ist nichts von dir. Ah... ...sind ich hier getrunken bin... ...sind ich hier... ...sind ich hier... ...sind ich genug geredet. Was ist jetzt genug zu sprechen? Dann öffne die Tür. Nein. Äh... Lass mich darüber nachdenken. Hey, kleine Kette. Äh... ...sind ich... ...sind ich mir einen Blick auf diese Kette von dir? Dann nehme ich das als ein Nein, dann. Huh? Vielleicht ist das nicht der richtige Weg. ...eine Kette von dir. Okay. Also weder Katze erdrosseln noch sonst was. Wir müssen an die Ratte rankommen. Da müssen wir uns jetzt was überlegen. So, das ist die Ratte von der... ...und... ...wenn ich ihn zu erreichen könnte... ... würde ich ihn nicht bemerken. ...lass ihn. Nein, das funktioniert nicht. Das wird sich nicht helfen, sich die... ...eine... ...hier... ...und... ... zu beginnen verdrücken, Adam. Hallo, Ben. Hallo, Anna. Wie geht's dir? Ich habe jemanden gefunden, jemanden zu helfen. Sein Name ist Yoringo, und er kennt einen secreten Weg. Ich war gerade nach unten, als er plötzlich kam und mir erzählt. Oh, wow. Das ist wirklich gut. Aber Anna, was hast du gesagt, dass er plötzlich kam? Na, du siehst, er... er ist ein Gehirn. Oh, ähm... Aber es ist okay, Ben. Es ist okay. Er ist ein guter Gehirn. Und er ist drüben. Er wird dich nicht beurteilen, ich versuche es. Oh, okay. Ja, das ist gut. Ich hätte besser nach unten schauen können. Okay, Anna. Glückwunsch! Wenn es weitergeht mit Anna's Quest. Bis dann, euer Wolf.